EM Qualifikation Gruppe I. Belgien gegen Zypern. Zypern geht 1 zu 100 Führung in der 14. Minute. Ionu, 2. Halbzeit, 16. Minute, also 2 Minuten später. Benteke 1-1. 35. Minute. Die Buone 2-1. 41. Die Buone 3-1. 44. Carrasco 4-1. Halbzeit 4-1. 1,15. Minute, Christof Furu, Eigentor 5-1. Und in der 67. Benteke 6-1. Der Sieg ist mehr als verdient für Belgien. 18 Schüsse von den Belgiern, 8 von Zypern. 12-Haus-Tor von Belgien, 1 von Zypern. 62% Bleibesinn von Belgien, 38 von Zypern. 730 Pässe von Belgien, 450 von Zypern. 91% Passgenauigkeit von Belgien, 84 von Zypern. 11 Fouls ohne Karte, um die Belgier zu verursachen. Und 2 Fouls mit einer gelben, die Zypern. Oder wie man es sagt. Wir haben Zypern mit 10 Punkten auf dem 4. Platz. Glückwunsch, Teilnahme, war da. Sogar relativ knapp 5 Punkte nur zu Schottland. Ist in Ordnung. Und Belgien hat die geilste EM-Quali gespielt, die es gibt. Also, jetzt, von den aktuellen Teams. Belgien hat 10 Spiele, 10 Siege, 40 Tore geschossen und nur 3 kassiert. Glückwunsch, Belgien. Geile EM-Quali. Muss ich so sagen. Glückwunsch.